4800 schen die her und die 7200 nice nice auch göttchen euch gefallen die hohen steuerlich aber ist ihr wohnt trotzdem hier bei mir also wie viel abdachlose habe ich eigentlich das kommt man irgendwo sehen touristen obdachlose 53 kann ich will leben in der großschule sind es meistens noch mehr obdachlose die es gibt doch von daher ich habe kein müllproblem mehr für sie kommt und das also wenn hier einmal die produktion angehalten wird habe ich ein problem netzwerk getrennt wird internet verprüft nein verbindung wieder hergestellt gut eine million fünfhunderttausend ja ich weiß es nicht mal wie viele minuten ich bin ich kann ja mal ganz kurz nachschauen dann schaue ich mal wie weit ich noch mache hier 1 15 noch vier minuten vier minuten dann haben wir es die produktion plassen die position legierung recht noch mit sie ist mit legierungen aus 7,5 sieht gut aus 7,3 sieht gut aus gut sonst wird es hier zeit noch mal so ein legierung ding zu bauen oder auch nicht naja ich war noch bloß das ist gut wollen wir hier noch mal kurz abwarten weil das müsste weil das muss ich eigentlich schon bauen wartet das hier teils elektronik fabrik mit könnt ihr denn tv geräte bauen ich hab die bringt dann richtig asche die bringt dann wirklich richtig asche toll warum müssen wir nicht immer rüber kommen 12 da ich mache ich mache volles gewinn hier mit er ja so 500 eine million krass muss recht immer noch nicht auch 1,5 million 999.000 ja toll das reicht immer noch nicht das ist noch zu wenig weil wir legierungen das ist auch wieder so ein scheiß knack problem wir können noch mal wohnhäuser entstehen ja wir ziehen uns noch mal ein paar leute ein ja wie machen wir das jetzt am besten ich produziere noch zu wenig wohnen ok Man, zwar eine Million schon Gewinn damit, aber es ist noch zu wenig. Boah, ich brauche dringend Legierungen. Ja. Dringend. Dringend brauche ich nur ein Recyclingzentrum. Aber das könnte man... Ach Gott. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Ah, Wohngebiet. Geldnot. Geldnot. Musik Ähm, einen Augenblick mal Müll Sovall rausziehen Okay Ah, ich bin jetzt gerade Ich werde euch da mal überlegen, ob ich noch was mache, kurz Könnt ihr mal kurz zurück von hier was einlagern Ich habe bald keine Legierungen mehr Ja, ich bin jetzt mal wieder Ja, ich bin jetzt mal wieder 13.000 Miese Ich weiß, dass sie immer ein paar Tonnen lagern 2 Millionen, wir können feiern, können tanzen Na gut, ich muss echt hoffen, dass ich das mal hier irgendwann mal geschafft habe Ich habe gerade die Legierungen rausgegangen, ja Weil hier ein Wetteschkopfmangel in Schrandnis Wir auch So eine Legierungen läuft halt nix Also muss ich wieder importieren Was ist irgendein Grund, hier kommt da nix rein? Das ist halt schlecht Ja, endlich Der erste, der mal wieder angekommen ist, ey Oh, oh, wir haben einen Trümmer Nein, ich bin verdrückt Nein, ich bin verdrückt Klappt das einfach nicht Ja, ich muss die Legierungen einkaufen Und dann würde ich einfach mal sagen Nächstes Mal Machen wir denn hier weiter Im Neuberg Ja Jetzt haben wir mal eine Folge mit Überlänge drin, aber Das macht ja nix Schauen wir uns mal ganz kurz die schöne Skat an Vorher werden wir aber noch was Geld rüberschaffeln Eine Million, glaube ich Damit wir gleich hier voll losgarten können In unserer schöne Produktion Skat wird das sein Also schön produzieren So, das Ach Göttchen, das ist dieser scheiß Berg auch noch dabei Nein Und wir werden dann erstmal gucken Wo gibt's jetzt hier die Cola Die Cola gibt's da oben Das ist die einzige Cola Okay, Erz Gibt's auch da oben Okay, also viel haben wir jetzt hier nicht Aber Öl Oh, viel Öl haben wir hier unten Uh, ja Damit lässt sich dann auch mal arbeiten Also Erz haben wir hier oben Ein Fleckchen Kohle haben wir jetzt hier nicht so ganz viel Außer in dem Berg hier natürlich Ja, ganz tolle Kacke Also Kohle Also Kohle, Erz und vor allen Dingen Öl Hier ist jetzt so mein Öllagerfeld hier Öl Kohle Ne, Kohle war jungen und jungen und auch Erz Aber das pumpen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld gleich rein Passt auf Von Entenhausen Braucht man denn Sorgung Eigentlich nicht, aber egal Gehen wir jetzt mal hier ganz kurz rein Und vergeben mal kurz ein Geschenk Damit wir gleich schön in die vollen starten können Bei der nächsten Aufnahme dann Komm, lad endlich Weil das möchte ich jetzt noch machen Schnell So, wir haben 2 Millionen Ähm, Geschenk Ach Gott, das ist immer so kompliziert, ey Geschenk Ja, ich hatte vor Neuberg auch was zu schenken Und zwar 100 300 Wir schicken eine Million Eine Million und 100.000 Checken wir rüber Ach, du guck, trümmer da, ey Ich hab schon mehr kein Netzwerk, also kann ich die Aufnahme auch nicht beenden, ist so ein Dreck, ey, komm Komm Ist jetzt nicht dein Ernst, hier, schänd dich, ey Nein, danke Okay, Verbindung ist wieder hergestellt Dann gehen wir mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist Let's play SimCity Wuhu Wuhu